so leute willkommen zurück bei thomas nasa world ja diesmal nur unterwies letzte mal also nicht wundern wenn wir da keine begrüßung geben wo ist immer entstehen geblieben ich meine also so ich weiß nur dass man das erfahrig war noch nicht war in ordnern mal fertig ist glaube ich noch zu wissen ich habe mich noch nicht nach den bonnetka erkundigt was wir jetzt mitnehmen was nicht egal wir holen uns erst mal so erfahren wir kommen mal die klappe schöne entwicklung entwickeln musik ich kenne die safari zone noch halbwegs auswendig zum glück und wer ich bin jetzt irgendwo falsch ab ich bin schon da bin du 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 was haben wir denn eine jesse wenn man stein auf sie wenn sehr effektiv ja musik wandelt mit stein dann hat mich schon fast an juri von tales of asperia falls das wer kennt hat auch so im bar stein das hier war dann die nämlich war auch gern mit jetzt schlechter seite für langsame pokémon vor allen dingen mal gut naja was soll es jetzt haben wir eine show komm wir werden einfach mal das ding ist nur level 13 na gut ich wollte eigentlich einen stein werfen wenn nur du guckst du du arsch auch mann ich vergesse das als dass man keinen anke und dann war es hier unten lang hallo dann müssen wir rechts wenn ich nein scheiße wir mussten mal links stimmen hier sind die hier ist ein max rival da sind die goldzähne die brauchen wir ja auch noch sonst gehen wir keine stärke wir sind komplett falsch gelaufen nein da kannst du uns auch nicht aufhalten name vergessen kotohima genau blöd hier kriegst ein stein schenke ich dir aber sie sauer angriff bm it's super effektiv aber leider nicht perfekt egal ich will einfach nur ein paar bälle werfen ja und ja ich werde dort da ja komm mal hin naja schon ich die hier bringe ich dir mal komm bleib drin ich will ne yuki ich hab ne yuki gefahren jetzt bin ich für den rest meines lebens glücklich aber wer hat das auch erledigt wo sind wir hier ah jetzt jetzt bin ich richtig das erkenne ich immer an der tm ja das protein interessiert mich nicht wirklich ach komm bis diesmal ist doch ne teorie genau werfen wir wieder ein steinchen die hat das mit sicherheit verdient aber wie ihr seht in der safari zone von ecker zu fangen ist ungefähr genauso beschissen wie ein pokémon er ist ja gut ich frage mich immer noch warum sie eine hp anzeige haben wenn man darf doch kein pokémon mitnehmen na komm vor spulen lalala lala 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 ich krieg dich noch dritt doch haha so muss das sein ja halt die klappe ich will noch mal rein gott fail ich habe in der safari zone gefehlt meine fresse das ist ja beschissen tschuldigung für die verschwendung eurer zeit die mag ich nicht will ich nicht ich finde die musik ja sowieso genial das macht so einfach meine musik weg zu die stress oder was weil wir nämlich das absolut die musik weil ich glaube wenn du zu lange in der safari zone stehen bleibt es einfach um die musik zu haben das irgendwann blöd und ich entferne mal alles klar jetzt muss man hier bei der gold bei den goldszener auskommen perfekt das scheiße ja und 32 doppelteam hat doppelteam benutzen er die technik sei aber lame er kann man die klappe jaja so freude ist so groß ok ich hoffe jetzt müssen wir noch Wow, ich habe gerade mal die Hälfte der Schritte verbraucht Können wir wieder raus? Und jetzt sehen wir die Orange Orange ist ja, hm, ich weiß nicht Auch nicht so mein Fall Alle von der Karte, die man in der Safari Zone fahren kann, sind nicht so mein Fall Ah, wir wollen sie alle fangen Eine Yumemi Und eine Yumemi gefangen Noch was? Kedama, Stein Kedama, Orb Kedama, Orb Wie schnell das gehen kann, ne? Ich habe einen Ohrwurm jetzt schon von dem Lied Das ist nicht gut für euch Das sage ich gleich Oder? Vielleicht kann ich mich aber zurückhalten Das entscheide ich dann Spontan Wie immer Was haben wir jetzt? Ja, komm, dann fange ich dich halt Bats Nein Dann fange ich dich halt nicht Ich will das Item noch Woah You say Yay Ich habe auch noch nicht Jetzt schon Bei you say Später Äh, in den späteren Oh, Sunny Day Gott, warum rede ich eigentlich gerade so beschissen? Ich will mir jetzt mal einen erklären Hier Fress den Ball Fress den Ball Muhahaha Nein Ich wollte das andere Item noch Egal Ja, ja Komm, halt die Klappe Tschüss Das ist Tschirno Das ist doch alles los Ach, immer diese Tschirno Musik Das braucht man als nächstes, um weiterzukommen Ich würde erst mal gerne fliegen haben Wenn ich mal so ein bisschen ehrlich bin Wer kann den Surfer lernen? Geil Wer kann dann Fliegen lernen? Diese Rebie hier Boah Ich bin eben gerade erst aufgestanden Sorry fürs Gehen Verleihmer Crunch Cut haben wir jetzt Fly haben wir jetzt Und Rock Smash haben wir Flash haben wir nicht, ne? Surfer Und steige aber mal ohne Na, ganz geil Geh mal jetzt erstmal hier rein Ich überlege mir dann Bis zum nächsten Part was Blablabla Du laberst mir zu viel So Ähm, lalala Strength Denkt An diese kleine Remilia Hier Du-du-du-du-du Du-du-du-du So So Remi, setz mal stärker ein. Und BAM! Und wieder ein Sonderbombon mehr in unserer Kiste. In unserer Kiste? Gott, was laber ich. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu viel ausgemacht, letztes Mal beim Training mitzugucken. In Klammern. Die ganzen Trainer, die wir gemacht haben. Weil ich habe das jetzt vor, wieder zu machen. Na komm, wir sind schon schneller. Ich werde jetzt immer da am Vorsprung, wenn ich es so richtig halte. Ich bin nicht nur bei Trainern. Ich meine nur. Ich will mich ja nicht langweilen. Man muss sich manche Kriterien leider machen, die vielleicht nicht allen gefallen. Punkt. Ende. LOL. Ja gut. Als ob. Ich richte mich schon nach meinen kleinen Abonnenten. Ne. Ich wette, die meisten sind größer als ich, wobei schon ziemlich groß. Aber gut, Größe zeigt ja nicht. Größe muss ja nicht unbedingt von der Körpergröße abhängen. Es geht ja auch um die Größe im Herzen. Boah. Wie schön. Ja. Na egal. Vergiss. Musst ich! Musst ja, mechanisms. Und wir sollten mal Da ist so rosa. Moment. Wie sieht eigentlich unser Level aus? 68, 68, 68. 68. CD-D Ooo wh Tanz! Yvey! Jomo Time! Ähm. Still einsthm também. Jomo. Du machst sie fertig mit! er ist nicht so gut gegen jungen weil du musst er ist ja flug normal sprich spukball und erdbebentreffen nicht dann habe ich noch mein sei was mein angriff extrem erhöht ja da ist so das kleine problem ab jetzt mal ein bisschen langsamer unterwegs es geht jetzt noch ein paar mal war war nein kein erdbeer keinen schutzschild ich hasse diese attacke nimm das china für deinen komischen schutzschild geschieht ja recht ich werde hier vorspunnen weil hier ist mir das echt zu langsam im laufen also habe ich ja gesagt das ist für mich tränen uns ich will ich machen wie die alle hier gleich aussehen advanced my ding die ist auch cool du dürftest ne bist du da ne aber da brauche ich wenigstens halt immer offscreen trainieren wenn wir es so machen die nächsten parts werden sehr langweilig weil sehr sehr viele trainer kämpfe kommen das kann ich prophezeien sie 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 sie